Das jetzt einen erzieherischen Wert hat? Das rum geht's nicht. Hallo! Wollen Sie das volkieren? Doch, lassen Sie ruhig. Nein, nein. Ja, doch. Wem sind denn die Rosen? Sind das im Nächsten? 42, drei Jahre vor Kriegsende, was da passiert? Die haben dort gewohnt. Das war eine jüdische Familie, die dort gewohnt hat und ist 20 Monate. Die haben den Holocaust überlegt oder was? Nein, die sind ermordet in dieser Mordwohnung. Also in diesem Haus? Ja, genau. Und wir legen hier überall so kleine Stolpersteine, so Häufels, weil diese Menschen keine... Salome Pagnes und Bertha Pagnes, das war ein Ehepaar. Ja, das war ein Ehepaar. Und wir leben jetzt überall in Berlin. 38, furchtbare Zeit, ja. Ja, genau, weil die keine, ich denke, keiner reden wie wir sie jetzt. Die sind ja vergaßt und insofern gibt es da keine. Mögen Sie das Kino gut. Ja, das hat ich jetzt. Danke.